und herzlich willkommen bei einer weiteren genüssigen folge wir bauen uns ans festland heute mal wieder nur zu zweit denn der dritte im bundel der letztens von seinen eltern so richtig gebitzelt wurde jetzt heuland im bett liegt weil er seinen pc weg genommen hat ich habe verkackt weil ich sah hat sein pc weg egal also das wird zu zweit sehen so bleiben fahren und für den landgang und karten gehen i so und damit märk skyblock drei Prozent eine ähnliche Prozent wollen kann nichts mehr so wie wir es aus der Zwerse ausweisen wir wollen ja nicht mehr so eine schöne große Datei Tector Peck Wechseln hat so schön lang ja definitiv nehmt sich dann scheiß ich darf nicht wollen Mikromiuten wenn ich wusste es sind ich bin leise ich glaube das hat man gehört leicht erkältet Zapfenstreich im Regenspiel ist nix tolles Leute hast du so viel geärgert sie wollten das mal machen das ist es soll das weiß doch fast keiner was den Zapfenstreich ist weißt du es nein komm schon da wird es wohl irgendein Leben Töchel sind in der Wurst und sich dafür wird es gut woher naja google wozu gibt's google wir haben marcus ich das hier noch laden sollte grieße einen copyrights 2 wegen der hintergrund müssen du kannst dir sowieso neuen kanal kannst so viel wichtiges geht nicht verloren doch der sportlich auf einem mit sie rumgammeln hat von die günstigen er hat ihn sogar auf dem pc und kann man also kann neue hochladen ich kann komplett noch mal in der ränder ich hab noch die rohdateien okay erst mal was ganz er macht mal was ganz neues normalerweise löscht man die rohdateien nach dem rendern nach dem hochladen aber da der behälter auf dem rechner ich habe mich halbwegs zusammengerissen und so hat kollekt auf meinen noch nicht niemals auf mein kraftpunkt mit ins kindländern es funktioniert nicht wo wir zu tun die wie lange hast du ins kind jetzt drin zwei jahre mindestens Zitronen die gibt es da nicht so steht meine eigene Pistole ich gar nichts reinpackt die Zeppelin gekommen aber in die Gemeinschaftstruhe damit wir mit der ganzen Stickholz zu Kohle verarbeiten können nur mit Zeppelins du wusstest du wusstest ehrlich nicht dass man das Zeppelins verbrennen kann nicht ich habe mal eine private Szene Pläne fast eine ganze Kiste voll Zeppelins letzten mal früher sagen können das eine ganze Kiste von er bringt ich wusste nicht was ich damit anfangen soll so große Koppel Sprenninkommen muss ich wer sagt dass ich kaum mitbrauch das ist das Schöne der Wundfunk aus das ist einfach da ist ein Krieger drauf wo mein Grundstück das ist das war der letzten Dings als ausgeleuchtet gelöst bekommen schubsen runter ja das ist schon so ein kreis- und aufgeworter gilt die sie sich wie kalt ist es hier 4 so dass das schon besitzt naja kann richtig und das bauen genau brauchen wir noch eine fläche wo monsters bohren aber die baue ich baue ich schnell aus hast du eine spitzhacke oder hast du generell noch koppelstern auf tasche ja ja zwei minuten später ich habe gerade mal eine koppel aus dem ofen gemobst da sind pilze und hier können monsters brauchen da unten bei den pilzen können monsters bohren ja ja das 1 1 2 lichtlevel 3 ab wann spawnen die monsters und dann ja 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 Monster Na, ich will das gerne auf im Deutschen machen Da Unterlicht Level 7 Ja, da kommt jetzt genau ein Stack Für die Leute, die sich meinen Part angucken werden, falls ich den mich hochladen werde Und hat eigentlich jetzt nur 5 Videos in der Playlist Für Musik, die im Hintergrund läuft Du hast 5 Lieder Ich habe gerade 5 Lieder in der Playlist Ich könnte eigentlich auch eine Playlist anmachen, ob ich da Egal, ich habe mir die Musik gekauft und da hat keiner gesagt, nicht für plattere Zwecke geeignet Ich habe keinen Bock, das jetzt anzumachen und dass es abgemischt ist Auf einmal ist die Musik voll laut Und dann Tritt mal wieder angeschnauert Und da tue ich noch Muss leider despacken Das ist das gute Atem Livestream Hat der es nicht schon letzte Folge gesagt? Ja Ich habe irgendwie ein Deja Vu Deja Vu Wer das jetzt nicht weiß, was das heißt Ich weiß gar nicht aus, wenn ich die erklärung von Duden Duden Ein Ort, wo niemand hinguckt Punkt So eine Monster-Fläche, ne? Sollen wir die hier oben auf diese Ebene machen oder weiter unten hin? Hm, weiter unten, ich möchte nicht, dass er Das die Monster-Alles Stimmt, dass er noch recht Und wenn wir irgendwann mal ins Festland kommen Erst mal eine Höhle und Schienen Ich habe keinen Bock, das hier langzulaufen und Creepy Creepy passt, boom Der ist noch nicht in die Luft gegangen Noch Nach Ah No Sie schön, Musik gebildet es zu glücklich alles die Sitz seine Eisstelle liegt es auch gesagt wo guck ich ihn gerade hin von dir aus also fast meine Richtung immer kurz in die an die Truhe hinter mir weil ich gucke in die in die Richtung in die Truhe reingucken solltest du Ach in die Truhe ach so meinst du hast du dich wieder hier so so draufgestellt weggesprungen und nach oben gezogen die Maus oder was ne ne ich hab einfach nur hier ich bin dann ich hab einfach Rechtsläger auf die Truhe gemacht und hab mich dann möglich umgedreht schön an so mini legs so ich nehm mal den ganzen Stein hier raus aus dem Ofen Melon 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 haupt nicht schlechte Gebäude es kommt genug warum oder kann man noch mehr glückses Erde sparen weil er dem Moment noch Mangel war noch doch man kann sogar Samen verbrennen im Ofen das weiß ich dass es mit einem Mod geht ob es in Vanilla-Meinschaft geht weiß ich nicht jack-o-lantern so da zwei Minuten nicht weg Prozent sind gerade zwei Wochen Prozent Prozent bis zum Zocken der Part wir werden müssen halbe Stunde so wenn es geht Wenn du weißt, was wir aufgenommen haben... Wann? Ja, weil man hat man angefangen. Ja, keine Ahnung. Gibt es eigentlich irgendein Aufnahmeprogramm, wo man die Zeit sieht? Ganz schlechter. Was auch für Spiele gedacht ist... Abo, 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 keine Ahnung. Open Broadcaster Software. Ich mach mal das ganze Weizen zu... Oh, ich find das dämlich, dass Stein, der in die Lava fällt, und wenn man ihn aus der Lava wieder aufficht... Nicht, äh... Also das Cobblestone, der in die Lava fällt, und den man dann auffängt, aus der Lava raus... Äh, immer noch Cobblestone ist kein normales Stein. Es ging mal, dass man Sand ins Feuer werfen musste und da kam Glas raus. Das ist... Mit Fleisch geht das noch. Das ist jetzt raufen oder was? Ich töte mich mal kurz. Gucken, ob dann der Skin da ist. Klutsch den Kaktus! Nein, ich möchte die ein Rastfunktion nicht reinballern. Au! Respawn! Respawn! Oh, guck mal, jetzt ist er da! Ich zähle ich! Und so zu sein, Cap auch! Wie kann das, Cap da sein? Zumindest habe ich es gerade gesehen, ob ich es noch da war. Nee, ich bin nicht mehr da. Ah, umbringen ist immer der beste Plan. So, im Ofen Brüssel dann noch ein Steck. Stein für dich. Wenn du so viel brauchst. Wenn du so viel brauchst. Hm. 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 Ich guck gerade mal, wie zu... Das ist auch sehr schlau. Wie zugeschissen schon meine Platte ist. Wie zugeschissen schon meine Platte ist. Ja, das Programm nur das Spiel aufnimmt. Und alles andere nicht andere. Na, egal. Ich guck gerade mal. Hm. Ähm. Lädst du irgendwas runter? Warum? Das leckt ein bisschen. Das gibt's Videos zu oben. Das ... Set und Download. Klas suffer ich auch. Nee, nicht unbedingt주artrate. Das habe ich gesucht. Ich versuche mal kurz,��st Ich glaube, ich werde das nicht mehr sehen. Ich muss noch auf meinem Kanal ein Video liken. Ja? Ja, sonst fangen wir ja die Verschwörungstheorien an mit, ich habe einen Mech. Oder irgendwas, weil schwarze Mausen, ähnlich von Mech. Obwohl man sich das einfach runterladen kann. Und ich das viel schöner finde, für ein Spiel. Boah, ey, das geht dann gerade mal so auf den Geist. Wir müssen da zu lahm. Ich sag nicht, welche CPU runtergetaktet haben. Boah, du hast die ganze Zeit in die Kamera geguckt. Ach nein, 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 nein. Nein. Obwohl, das liegt nur noch krass. Das liegt nur noch krass. Du drehst dich rum. Jetzt guckst du wieder. Oder drehst dich immer noch rum. Oder drehst dich rum. Das ist eine Schmabe von mir. Du sagst dich. Das ist eine Schmabe von mir. Bis brin. Das ist schon mal sehr. Ich habe das Technische Nachrichten. Und dann machst dich, denn sie sitzen. Ich habe mit mir ab. Und dann mache ich die Hände auf den Kanal. Ich habe mich an, dass ich die Abwechdecke an mich. Ich habe mich an. Was. Ich habe mich an. 20 Uhr ist es so jetzt nicht überhitzen die Sitzung sind auch schließen und sein danke so und jetzt war ein klasse warum wacke ich nicht lebt ich hier schritt kann was zu tun wassup So, ja, ich kann schon aus. Ei, 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 immer gehen an die Werkzeuge kaputt, immer wieder, aber meine Nase ist ein Auslauf, Mutterell. Ich glaube, wir müssen so langsam die Folge beenden, wenn wir nicht wieder so die Make-A-Monster-Fallung machen wollen. Ja, ich glaube, wir müssen so die Folge beenden. Schaufeln und Schnauze. Schnelly. Schnelly. Pumpkin. Schnelly. 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 Du hast den Pfeil im Rücken mit dem Bein verdammt er ist nicht an der richtigen Stelle was du willst zu blocken NL Pfeil an dieser Wecker vom Bein der war nicht an der richtigen Stelle du musst ja auch Kohle reinstecken ich bin bewusst so schlau bin ich fällen nur die Bäume damit wir zerblitzt rauskriegen diese zu verbrennen hast du mich grad was denn Browser Name hier einfügen muss neu gestartet werden der war die ganze Zeit an das wird da in dem Browser hab ich grad geguckt hab nur grad mal einen Ordner verschoben und schon dann stürzt er ab so hinsichtlich das stimmt also lang für der Rapsone hier nicht denkt auf einmal den Browser aufzunehmen geht's mir gut das ist so cool das ist so cool Scheiß auf der Spiegel der Browser ist also das ist so cool dass die so so ist ein Dach ausleuchten so ist ein Dach ausleuchten warum wo die vierten mit der Stärkung der Stärkung der Stärkung der Stärkung wir brauchen auch ausleuchten dass er das schlug von es verschreckt erstmals essen die drei letzten Mellon Die drei letzten Mellon dann lässt du dann die Folge hochladen Schenssitz Graz in der Fall ist es ich werde einfach jetzt so aufruf aufruf für ihn ist nicht wie er anwesend in direkter Nacht die nächste Folge auf oder oder ich er weil ich während wir die andere Folge aufnehmen die sich hier ändern gut weil sieben OP wenn du gesagt hättest hochladen ich hätte dich umgebracht und ich bin jetzt der Hochladen kann ich auch nein ja ich kann einfach um mein Wort sagen dieses Programm hat Priorität am Internet dieses nicht und sei er vor Ort das aber gar nichts mehr durchziehen Kilo 7 sieben sieben er darf sieben Kilo wird doch sieben Karpet upload Prozent und sieben Jahr war die Eröffnung die restlichen 300 und die Unterschiede sind nicht mehr und vor allem da wir ja auch sowieso sind es sowieso ist es zu können ist drüben der Punkt auch der Karte war ich hab aktuell nur 10 KB download und upload 8 und so Schluss mit abgehört oder? Nee. wenn ich mich annehmen jetzt auch und es ist der Konferenz der Zoller so sehr viel machen so wie sie sagen und so werden und von uns reichen Prozent zeigen was aufs Krieg gemacht hat hier mit zwei Fackeln gesetzt so wie es vor uns und ist der Auflösung das ist es so gesehen dieses Bambus und muss doch der Bambus Stuttgart über die Bambus Stuttgart so er steht auf der Leitung Danke. Ich will ganz vergessen, mich noch kommt. So würde ich sagen, bei mir bis gleich, also bis später oder bis zum nächsten Mal oder Sie ja Leute oder auf Nimmerwiedersehen oder einfach nur Tschüss.